Meinst du? Oh. Ah, da muss ich auf TNT schießen. Auf was? TNT! Ah, siehst du, das hier sind so Boppele. Ah, ok. Ziehen wir da überhaupt was an, wenn da die normalen Achtel sind? Das weiß ich nicht, aber bleibt nichts. Äh, Zombies sind neben uns. Boah, wie sie mich mit umgehauen hat! Geh weg von dir! Geh weg von dir! Geh weg von dir! Ich hab'n gedrückt. Weil du wieder alles verkackt hast. So ne Pause. Ja! So ne Pause? Können wir auf Start? Ne, wir können nicht auf Start rücken. Ha! Ich hab' mir dreimal den Kopf geschossen, so schaut's nämlich auch! Ich hab' zu krabbeln, dumme Frau! Geh' mal mit dir in den Kopf! Uah! Wohin? Sie sollten sie erlösen, wenn sie einen Punkten-Mitgefühl haben! Alter! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Schieß! Schieß! Oho! Alter! Ha! Ja! Ah! Die hat doch nicht dieses Mach gewinnt! Boah! Ja! Das ist doch... Ach so! Da könntest du jetzt doch wieder die Ada spielen! Deswegen wurde nach Druck gemacht. Ha! Ha! Auf der anderen Seite! Ja! Ha! Ha! Üah! Hey! Alter, mach ich das! Hab ich da gar nicht gemerkt! Willse F***! Oho! 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 Woah! Oho! Oho! Ah! Oho! Nein! Was darfst du damit erlauben? Wenn wir wieder gegen die Kämpfe müssen, dann packt ihr das Schafstück zu Gewehr und haust ihr in den Kopf! Oh, das wird das Graut. Wie wärs mit Hilfe? Äh, nimm das zweimal auf mich oder so. Oder kombinier das. Ich muss aber nur Kuh kombinieren. Komm mal zu mir! Ich trenne von dir, Schatz, ich kann nicht. Du musst halt ein grünes Graut benutzen oder sowas. Ich spreng es einfach drin. Ich spreng es auch zweit. Alter, was du lachst! Ha! Uäh! Alter. Eindulich. Komm, Ada! Das ist Ada, Schatz. Nein, Ada. Ah! Oh, oh! Waaah! Ich hab die kleine immer wieder auf. Waaah! Oh, oh! Waaah! 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 Ich hab mich sogar noch gewackt getan. So, darf ich jetzt endlich auch mitfahren, oder? Juhu! Noch mehr, dass wir hier gefahren. Ah, guck mal! Alter! Okay. Jetzt ist Kreis und äh... Ja. Äh, was heißt denn 4x? Nein! Unterm Farm, oder was? Das hast du richtig erkannt. Das ist sie nicht mehr! Oh, vor uns. Ja! Schieß! Ja! Ich weiß das nicht... Da, herzbahnum! Alter! Hat sie nicht erwischt? Hat sie nicht erwischt? Hat sie nicht erwischt? Hat sie nicht! Hat sie nicht! Oh, danke! Geht sie hin? Andere Seite! Ah! Okay, okay, okay! Oh, Mann! Und jetzt? Geht! Alter! Ah! Ja! Glück gehabt! Oh, sch... Noch mal Lücken! Nein! Ah! Nein! Nicht ausschlagen! Achtung, Bücken! Und jetzt? Bücken! Ken! Er lügt auch nicht! Oh, Mann ist doch mit dem TG! Alter! Alter! Ah, nein! 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 Sag mal! Alter! Nein! Nein! Nein, fang sie doch nicht auf. Das ist so wahnsinnig. Keine Tränen mehr. Bis ich dich gerecht habe. Bitte. Vergib mir. Brüste! Er ist jetzt schon wieder, er? Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein, nein, lass sie los! Nein, lass mich ziehen! Nicht meine Schwester! Hey, du hattest recht. Bitte, bitte, ich tu alles! Bitte, bitte, tu sie ihr nicht mehr! Deborah! Boah, Alter, mir ist voll... Oh, mir sind beide Füße angebracht. Nein! Also helfe ich ihm. Ich helfe Simmons, den Secret Service zu überlassen. Das ist definitiv Simmons' Stil. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Hm. Spiderschwein. Spiderschwein. Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Sie sind so nach mir. Simmons. So, wir haben es geschafft! Jeha! Deine Akkuarität beträgt 50%! Alter, aber du hast halt Gold, oder was? Oder ist das Bronze, was du hast? Bronze, ich habe Brand C. Oh. Aber B ist auch nicht viel besser. Okay. Was haben wir denn alles gemacht? Das ist Gold, Tode, Rang A. Das ist alles sehr schön. Okay, da würde ich sagen, wir gehen mal auf. Okay. So, wir haben wieder ein paar... Fähigkeitspunkte zum Ausgeben. Und bevor wir die ausgeben... Weil wir nicht auf Start drücken können im Spiel selbst... Machen wir eine ganz kleine Pause, die 1-2 Minuten dauert. Wir sind gleich hier da. Bis gleich! Bis gleich! Das ist Gold, Tode, Rang A. 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 Untertitelung des ZDF, 2020